Unsterblichkeit zu erlangen mag wie ein Märchen klingen, aber das ist die verblüffende Behauptung einer geheimnisvollen, real existierenden historischen Figur namens Graf von Saint-Germain. Seine Existenz wurde im Laufe der Geschichte in zahlreichen Büchern festgehalten bis in die 1970er Jahre hinein, doch er schien nie zu altern und nahm manchmal wechselnde Identitäten an. Manchmal war er auch als der Wundermann bekannt und wurde als Prophet, Scharlatan, Heiler, Spion und Visionär bezeichnet, aber wer war der unsterbliche Graf und konnte er wirklich ewig leben? Dieser Stich von Nicholas Thomas aus dem Jahr 1783 ist eine der wenigen bekannten Darstellungen des Grafen von Saint-Germain. Er basiert offenbar auf einem verlorenen Gemälde, das einst der Marquise Dufres gehörte, eine der reichsten und exzentrischsten Frauen Frankreichs. Obwohl es wahrscheinlich am besten wäre, diese Geschichte ganz am Anfang zu beginnen, ist die Entstehungsgeschichte des mysteriösen Grafen gelinde gesagt undurchsichtig. Wann genau der Mann, der den Namen Graf von Saint-Germain trug und trägt, geboren wurde, ist nicht bekannt. Die meisten Berichte gehen davon aus, dass es irgendwann in den 1690er Jahren war. In einer Genealogie, die Année Besson für ihr Buch »The Comte de Saint-Germain«, das Geheimnis der Könige zusammenstellte, wird behauptet, dass er 1960 als Sohn von Franz II. von Rakoshi, Prinz von Siebenbürgen, geboren wurde. Andere Behauptungen sagen, dass er der uneheliche Sohn von Maria Anna von Pfalz-Neuburg, der Witwe von Karl II. von Spanien oder sogar der Sohn des Königs von Portugal, vermutlich Johannes V. war. Andere, weniger ernstzunehmende Gerüchte besagen, dass er zur Zeit Christi lebte und sogar der Hochzeit zu Kana beiwohnte, wo der junge Jesus Wasser in Wein verwandelte. Die Einzelheiten über die Geburt, das Leben und den Tod des Grafen beruhen größtenteils auf widersprüchlichen Anekdoten und legendären Berichten und man kann mit Sicherheit sagen, dass er bis heute ein lebendes Geheimnis ist. Bevor wir tiefer eintauchen, solltest du die »Gefällt mir« und »Abonnieren«-Buttons drücken. Ich kann dir zwar keine Unsterblichkeit bieten, aber ich verspreche dir, dass ich dir eine Menge verrückter, wunderbarer und erstaunlicher Inhalte direkt in deiner Abo-Box liefern werde. Worauf wartest du noch? Eine Sache, über die man sich weitgehend einig ist, ist die Tatsache, dass der Graf von Saint-Germain in Sachen Alchemie sehr versiert war. Dieser uralte Zweig der Naturphilosophie zielt darauf ab, durch materielle Experimente eine Art übernatürliche Veränderung herbeizuführen. In der Regel ging es darum, Grundstoffe wie Metalle in andere wertvollere Substanzen zu verwandeln. Eines der Hauptziele der Alchemie ist es, ein sogenanntes Projektionspulver zu erschaffen, das auch als der schwer fassbare Stein der Weisen bekannt ist. Ein Konzept, das dem modernen Publikum durch die Autorin J.K. Rowling in der Harry-Potter-Reihe bekannt wird. In der Alchemie wurde dieser mystischen Substanz nachgesagt, dass sie unedle Metalle wie Blei in reines Gold verwandeln kann. Aber das ist noch nicht alles. Der Stein der Weisen könnte auch als Elixier verwendet werden, das demjenigen, der es trinkt, Unsterblichkeit verleiht. Und es wird weithin spekuliert, dass der Graf dieses Geheimnis der Alchemie entdeckt haben könnte, was ihm seine berühmten Kräfte der Unsterblichkeit einbrachte. Diejenigen, die dem Grafen von Saint-Germain begegneten, sollen über seine scheinbar übernatürlichen Fähigkeiten erstaunt gewesen sein. Als der berühmte italienische Schriftsteller Casanova den Grafen im Jahr 1760 traf, sagte er, dieser außergewöhnliche Mann sagte in einer einfachen, sicheren Art und Weise, dass er 300 Jahre alt sei. Dass er das Geheimnis der Universalmedizin kenne, dass er die Natur beherrsche, dass er Diamanten schmelzen könne. All das, so sagt er, sei für ihn nur eine Kleinigkeit. Niemand mag einen Angeber Saint-Germain. Obwohl er die meisten von ihnen überlebte, wurden die meisten Reisen des Grafen im Laufe der Geschichte von anderen dokumentiert. Obwohl seine Existenz schon seit Jahrhunderten bekannt war, wurde der Graf von Saint-Germain erst in der europäischen High Society bekannt. Nachdem er angeblich fünf Jahre lang am Hof des Schahs von Persien das Juwelierhandwerk erlernte, kam der Graf 1742 in Versailles an, wo er die königliche Gesellschaft und die reiche Elite mit seinem umfangreichen Wissen über Wissenschaft und Geschichte, seinem natürlichen Charme und seiner Schlagfertigkeit betörte. Es bestand kein Zweifel daran, dass er ein sehr gebildeter Mann war. Berichten zufolge sprach er viele Sprachen fließend, darunter Französisch, Deutsch, Niederländisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Englisch. Und er war auch mit Chinesisch, Latein, Arabisch und sogar Altgriechisch und Sanskrit vertraut. Er war auch ein Mann mit vielen Talenten. Er war ein begnadeter Maler, konnte Geige spielen wie ein Virtuose und war beidhändig. Das heißt, er konnte angeblich gleichzeitig mit der einen Hand einen Brief und mit der anderen ein Gedicht verfassen. Im Grunde hattest du keine Chance, die Damen auf einer Party zu beeindrucken, wenn dieser Typ in der Nähe war. Der Graf von Saint-Germain galt auch als sehr wohlhabend, obwohl er keine Bankkonten besaß. Das könnte darauf hindeuten, dass er von einer königlichen Familie abstammte oder dass er tatsächlich durch Alchemie unedle Metalle in Gold verwandeln konnte. Einigen Berichten zufolge richtete er überall, wohin er reiste, ein ausgeklügeltes Labor ein und behauptete, er könne mehrere kleine Diamanten und Perlen in große verwandeln, die er zur Verzierung seiner Kleidung verwendete. Er war auch ein Mann mit vielen Marotten. Obwohl er regelmäßig mit Freunden zu Abend aß, sah man ihn nur selten in der Öffentlichkeit essen. Es hieß sogar, dass er sich nur von Haferflocken ernährte. Jeder, der das Vergnügen hatte, die Bekanntschaft des Grafen zu machen, hatte keinen Zweifel daran, dass er ein wirklich bemerkenswerter Mann war. Aber es war eine Anekdote aus dem Jahr 1760, die scheinbar die Idee aufkommen ließ, dass er wirklich unsterblich war. In jenem Jahr war der Graf in Paris, als eine ältere Frau namens Gräfin von Georgie hörte, dass er an einer Soirée im Haus von Madame de Pompadour, der Maitresse von König Ludwig XV. von Frankreich, teilnehmen würde. Die alte Gräfin war von der Nachricht fasziniert, weil sie selbst einen Grafen von Saint-Germain persönlich kennengelernt hatte, als sie 1710 in Venedig war. Als sie den Grafen ein zweites Mal traf, stellte sie erstaunlich fest, dass er aussah, als wäre er keinen Tag gealtert. Natürlich fragte sie, ob sein Vater vielleicht früher in Venedig lebte und denselben Namen trug. Darauf antwortete der Graf nur, Nein, Madame, aber ich habe selbst Ende des letzten und Anfang dieses Jahrhunderts in Venedig gelebt. Ich hatte die Ehre, Ihnen damals den Hof zu machen. Völlig perplex erklärte die Gräfin, dass dies unmöglich sei und erklärte, Der Graf des Saint-Germain, den ich damals kannte, war mindestens 45 Jahre alt und sie sind im Moment genauso alt. Man könnte annehmen, dass sich die ältere Gräfin einfach nur geirrt hat, aber es gibt Aufzeichnungen darüber, dass der Graf damals in Venedig ein ähnliches Alter hatte. Der Schriftsteller Baron Karl Heinrich von Gleichen schrieb in seinem 1868 erschienenen Buch Souvenir des Charles-Henri-Baron de Gleichen. Ich habe gehört, dass Rameau und ein alter Verwandter des französischen Botschafters in Venedig bezeugen, Saint-Germain im Jahr 1710 gekannt zu haben, als er das Aussehen eines Mannes von 50 Jahren hatte. Der Graf soll von der Entdeckung der Gräfin scheinbar unbeeindruckt gewesen sein und ihr einfach mit einem wissenden Lächeln gesagt haben, Madame, ich bin sehr alt. Glaubt ihr, es ist möglich, unsterblich zu werden? Vielleicht seid ihr auch schon mal jemandem begegnet, der weiser als sein Alter zu sein schien und ihr wurdet das Gefühl nicht los, dass ihr ihn in einem früheren Leben gekannt habt? Erzählt eure Geschichten in den Kommentaren. Ich bin wirklich interessiert. Aber nun zurück zum Thema. Eine vollständige Zeitleiste der angeblichen Aufenthaltsorte des Grafen im Laufe der Jahrhunderte, die hauptsächlich aus Anekdoten, historischen Aufzeichnungen und literarischen Berichten besteht, wäre viel zu umfangreich, um sie hier aufzuführen. Im 18. Jahrhundert reiste der Graf von Saint-Germain weit durch Europa und nutzte sein scheinbar endloses Wissen über Politik und die Welt, um die Elite zu bezaubern. In den 1740er Jahren wurde er zu einem vertrauenswürdigen Diplomaten am Hof von König Ludwig XV. von Frankreich, für den er angeblich geheime Missionen in England durchführte. Im Jahr 1763 erfüllte er eine ähnliche Aufgabe in Den Haag in den Niederlanden, wo er den berüchtigten Liebhaber Giacomo Girolamo Casanova kennenlernte. 1765 reiste er nach Russland, wo er in eine Verschwörung verwickelt gewesen sein soll, die Katharina die Große auf den Thron brachte. Im Jahr 1774 kehrte er nach Frankreich zurück, als Ludwig XVI. und Marie Antoinette den Thron besetzten. Dort fungierte er als geheimnisvoller Berater der Königin und warnte sie offenbar vor der Revolution, die 15 Jahre später folgen sollte. Es ist wirklich keine Überraschung, dass Marie Antoinette sich zum Grafen hingezogen fühlte, denn wir wissen, dass sie besessen davon war, ihr eigenes jugendliches und schönes Aussehen zu bewahren. Über den Aufenthalt des Grafen am französischen Königshof wissen wir dank übersetzter Passagen aus einem seltenen Buch von 1821 mit dem Titel Souvenir de Marie Antoinette, das von der Gräfin Dademar, einer engen Freundin der Königin, verfasst wurde. Sie nennt Saint-Germain mehrfach und schreibt, Er erschien lange vor mir am französischen Hof. Es war 1743. Woher kam er? Das hat noch niemand herausfinden können. Wiederum wird er als etwa 40 bis 45 Jahre alt beschrieben, während sein hochmütiges, intellektuelles und scharfes Gesicht auf den ersten Blick auffiel. Nach seinem Aufenthalt am französischen Hof in Versailles reiste der Graf 1779 nach Hamburg, wo er sich mit Prinz Karl von Hessen-Kassel anfreundete. Laut Isabel Cooper Oakley in ihrem Buch The Comte de Saint-Germain, der vielleicht berühmtesten Biografie über Saint-Germain, erzählte der Prinz Karl bei seiner Ankunft, dass er der Sohn des siebenbürgischen Prinzen Franz II. und 88 Jahre alt sei. Der Graf beeindruckte den Prinzen mit seiner Edelsteinsammlung und überzeugte ihn davon, dass er eine neue Methode zum Färben von Stoffen erfunden hatte. Laut den persönlichen Erinnerungen des Prinzen richtete er in seiner nahegelegenen Sommerresidenz in Luisenlund ein Labor ein, in dem er und der Graf gemeinsam alchemistische Experimente durchführten und Edelsteine und Schmuckstücke herstellten. In den nächsten fünf Jahren lebte der Graf von Saint-Germain in einer verlassenen Fabrik auf dem fürstlichen Gut in Eckernförde. Laut den örtlichen Aufzeichnungen starb der Graf dort am 27. Februar 1784. Was für eine Wendung! Er wurde am 2. März in einem privaten Grab beigesetzt und sein Tod wurde im Register der St. Nikolaikirche in Eckernförde eingetragen. Am 3. April desselben Jahres gaben der Bürgermeister und der Stadtrat eine offizielle Bekanntmachung über die Versteigerung der verbliebenen Güter des Grafen heraus, falls sich kein lebender Verwandter finden sollte, der sie beansprucht. Prinz Charles schenkte die Fabrik der Krone und sie wurde später in ein Krankenhaus umgewandelt. Für jeden Normalsterblichen wäre das das Ende der Geschichte, aber für den Grafen von Saint-Germain nicht einmal annähernd. Wie wir wissen, war der Graf alles andere als gewöhnlich. Der berühmte Philosoph Voltaire aus dem 18. Jahrhundert, ein angesehener Mann der Wissenschaft und der Vernunft, sagte sogar selbst, dass Saint-Germain ein Mann ist, der nie stirbt und alles weiß. Der Tod des Grafen wurde zwar offiziell festgestellt, aber das hielt ihn nicht davon ab, im 19. und 20. Jahrhundert wieder aufzutauchen. 1785 wurde er angeblich in Deutschland zusammen mit Anton Messmer, dem Pionier der Hypnose, gesehen. In offiziellen Aufzeichnungen der Freimaurer, wie zum Beispiel in einem Bericht des deutschen Magazins, Magazin der Beweisführer für Verurteilung des Freimaurerordens, heißt es außerdem, dass die Gruppe des Grafen von Saint-Germain als ihren Vertreter für einen Kongress in Paris im selben Jahr wählte. Die Gräfin Dademar schreibt sogar, dass sie den Grafen noch mehrmals in Frankreich gesehen hat, unter anderem bei der Hinrichtung von Marie Antoinette im Jahr 1793. In ihrem Buch schrieb sie, Ich sah Saint-Germain wieder und immer zu meiner unaussprechlichen Überraschung bei der Ermordung der Königin. Die Gräfin behauptet auch, den Grafen gesehen zu haben, fünf weitere Male völlig ungealtert. Das letzte Mal war am Vorabend der Ermordung des Herzungs von Berry im Jahr 1820, nur zwei Jahre bevor sie selbst 1822 starb. Aber das sind nicht die einzigen bedeutenden historischen Ereignisse, bei denen der Graf gesehen worden sein soll. Laut den Freimaurern, denen der Graf angeblich angehörte, war ein mysteriöser Mann, der Ähnlichkeit mit Saint-Germain hatte, auch bei der Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung im Jahr 1775 anwesend, fast zehn Jahre bevor sein Tod in Deutschland bekannt wurde. Um keinen Verdacht zu erregen, nahm der Graf anscheinend auch zu verschiedenen Zeiten neue Identitäten an. 1820 schrieb der Engländer Albert Vandum in seinen Memoiren, ein Engländer in Paris, über einen geheimnisvollen Mann, den er gegen Ende der Herrschaft von Louis-Philippe kennengelernt hatte und dessen Leben eine seltsame Ähnlichkeit mit dem des Grafen von Saint-Germain aufwies. Er nannte sich Major Fraser, schrieb Vandum. Er lebte allein und erwähnte nie eine Familie. Außerdem war er verschwenderisch mit Geld, obwohl die Quelle des Vermögens für alle ein Geheimnis blieb. Er besaß ein erstaunliches Wissen über alle Länder Europas zu allen Zeiten. Klingt das bekannt? Als ob das noch nicht genug wäre, schrieb Vandum weiter. Wie Saint-Germain hatte Major Fraser das Aussehen eines Mannes zwischen 40 und 50, von mittlerer Größe und kräftiger Statur. Major Fraser verblüffte den Pariser Hof, ähnlich wie der Graf, Jahre zuvor mit der Behauptung, eine ganze Reihe historischer Persönlichkeiten von Kaiser Nero bis Dante persönlich gekannt zu haben. Doch dann verschwand er spurlos. Könnte es sich bei ihm um denselben Major James Fraser handeln, der 1820 einen Bericht über eine Reise in den Himalaya veröffentlichte, in dem er behauptete, er habe Gangotri, die Quelle des heiligsten Flusses, erreicht und in der Quelle des Jumna gebadet? Im letzten Jahrzehnt des 18. Jahrhunderts vertraute der Graf von Saint-Germain, seinem österreichischen Freund, dem Schriftsteller Franz Greffer, seine Zukunftspläne an. In Greffers Buch »Kleine Wiener Memoiren« aus dem Jahr 1843 schrieb er, dass der Graf ihm erzählte, »Gegen Ende dieses Jahrhunderts werde ich aus Europa verschwinden und mich in die Region des Himalaya begeben.« Und als ob das nicht schon unheimlich genug wäre, wird es jetzt richtig mystisch. Wir werden vielleicht nie erfahren, was wirklich mit Major Fraser passiert ist, aber der Name Saint-Germain wurde zwischen 1880 und 1900 wieder aktuell, als die berühmte Mystikerin Helena Blavatsky behauptete, er sei noch am Leben und arbeite an der spirituellen Entwicklung des Westens. Blavatsky war eine russische Philosophin und Autorin, die 1875 die Theosophische Gesellschaft mitbegründete und sich als führende Theosophin international einen Namen machte. Die Theosophie ist eine okkulte Bewegung, in deren Mittelpunkt der Glaube an eine spirituelle Realität steht und dass ein direkter Kontakt mit dieser Realität durch Intuition, Meditation, Offenbarung oder einen anderen Zustand, der über das normale menschliche Bewusstsein hinausgeht, erreicht werden kann. In den 1870er Jahren beschrieb Blavatsky eine Gruppe von erleuchteten Wesen, die sie die Meister der alten Weisheit nannte. Im Gegensatz zu den aufgestiegenen Meistern, einer ähnlichen Theosophischen Gruppe von Meistern, die körperlos sind und in höheren Sphären leben, wie Heilige oder Engel, sind die Meister der alten Weisheit physisch in sterblichen Körpern inkarniert. Als einer dieser sogenannten Meister besitzt Saint-Germain nach Meinung der Theosophen viele magische Kräfte, wie zum Beispiel die Fähigkeit zum Teleportieren, zu schweben und sogar durch Wände zu gehen. Es mag wie Hokuspokus erscheinen, aber dieses Foto, das in Aida, Indien, aufgenommen wurde, scheint zu beweisen, dass Blavatsky den Grafen tatsächlich kannte oder zumindest jemanden, der behauptete, er zu sein. Während Blavatsky in der Mitte des Bildes sitzt, steht in der Bildunterschrift, dass die Männer, die hinter ihr stehen, von links nach rechts sind, Lord Kutumi, Lord Moria und, du hast es erraten, Lord Saint-Germain. Dem Theosophischen Glauben zufolge soll der Graf von Saint-Germain im Laufe des Lebens verschiedene alter Egos und zahlreiche Inkarnationen angenommen haben, darunter einige der größten Genies und bekanntesten Persönlichkeiten der Geschichte. Manche glauben, er sei Cataphyllus, der legendäre wandernde Jude, der Jesus auf dem Weg zur Kreuzigung am Karfreitag verspottete, verflucht und mit ewigem Leben dazu bestimmt, bis zum Ende der Tage auf der Erde zu wandeln. Andere glauben, dass Saint-Germain einst König Arthurs legendärer Helfer Merlin, der Zauberer war, der etwa von 540 bis August 584 gelebt haben soll. Du denkst vielleicht, dass Merlin nur ein Mythos ist, aber laut dem Autor John Matthews, der ein Buch mit dem Titel Schamane, Prophet Magier, gibt es tatsächlich mehr Beweise für die Existenz von Merlin im 5. und 6. Jahrhundert, früher bekannt als Mürden, als für Arthurs selbst. Könnte es sein, dass sich der berühmteste Zauberer der Welt noch Jahrhunderte später am Pariser Hof von Versailles mit Magie und Alchemie beschäftigte und nicht in Camelot? Dr. Raymond Bernard behauptet im Buch Das große Geheimnisgraf Saint-Germain, dass Saint-Germain in Wirklichkeit der berühmte Staatswissenschaftler Sir Francis Bacon war, der im 17. Jahrhundert lebte. Nach den Lehren der aufgestiegenen Meister der Theosophie ließ Francis Bacon es so aussehen, als sei er am Ostermontag, dem 9. April 1626, gestorben und nahm sogar verkleidet an seiner eigenen Beerdigung teil. Diese Version der Ereignisse besagt auch, dass der Graf von Saint-Germain seine Unsterblichkeit und seinen physischen Aufstieg durch Alchemie am 1. Mai 1684 erlangte, als Francis Bacon den neuen Namen Saint-Germain annahm. Andere Varianten der Lehren der aufgestiegenen Meister gehen sogar noch weiter und behaupten, dass Saint-Germain irgendwann auch als wichtige Persönlichkeiten, wie der griechische Philosoph Platon und der italienische Entdecker und Seefahrer Christoph Kolumbus inkarniert war, obwohl diese wohl nicht so allgemein anerkannt sind wie einige der anderen Figuren. Der letzte Auftritt des Grafen von Saint-Germain war 1972 in Paris, als ein Mann namens Richard Chanfrey verkündete, er sei der legendäre Graf. Chanfrey war eine öffentliche Person, deren Karriere in der Magie in einem Pariser Theater begann, wo er als der Mann, der Blei in Gold verwandeln kann, angekündigt wurde. Er wurde schnell reich und berühmt durch die Heldentaten, indem er verschiedenen Berühmtheiten, Wahrsagungen und Hellsagen gab und sich durch seine ausgefallenen Behauptungen einen Namen machte. Wie der Graf schrieb auch Chanfrey seine übermenschlichen Fähigkeiten der Kunst der Alchemie zu. Er trat sogar im französischen Fernsehen auf, um seine Behauptungen zu beweisen, indem er vor den Kameras auf einem Campingkocher Blei in Gold verwandelte. Bei der Demonstration taucht er das Ende eines Bleidrahts im Projektionspulver, auch bekannt als Stein der Weisen, und legt es zum Erhitzen in den Tiegel zurück. Sobald es erhitzt, wird es aus dem Ofen genommen und durch Eintauchen in Wasser abgekühlt. Dann öffnet Chanfrey den Tiegel und präsentiert den Draht, der nun leuchtend gelb geworden ist und erklärt, dass er zu Gold geworden ist. Nach der Vorführung wurde das Metall angeblich von Experten begutachtet und als Gold befunden. Den Bleidraht hatte das Fernsehteam zur Verfügung gestellt, während Chanfrey den Schmelzziegel und den Stein der Weisen mitbrachte. Das Fernsehteam hatte den Prozess nicht nur als erster Hand beobachtet, sondern auch die gesamte Ausrüstung untersucht und festgestellt, dass keine Spezialeffekte verwendet worden waren. Natürlich gibt es immer noch viele, die glauben, dass Chanfrey einfach nur einen ausgeklügelten Zaubertrick vorgeführt hat, bei dem er vielleicht seine Hände im Spiel hatte. Obwohl die Umwandlung von unedlen Metallen wie Blei in Gold zu Beginn des 20. Jahrhunderts durchaus möglich war, braucht man normalerweise einen Teilchenbeschleuniger und eine riesige Menge Energie, um auch nur die kleinste Menge Gold zu erzeugen und nicht nur einen Campingkocher und eine Prise vermeintliches magisches Pulver. Die Transmutation war nicht Chanfreys einziger Anspruch, Saint-Germain zu sein. Er besaß angeblich eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die ihn genauso außergewöhnlich machten wie den unsterblichen Grafen. Wenn er in alte Paläste oder Schlösser eingeladen wurde, behauptete Chanfrey, in einem früheren Leben schon mal dort gewesen zu sein. Er zeigte dies sogar, indem er den Grundriss des Hauses erklärte, Besonderheiten wie die Lage der Treppe nannte und geheime Gänge aufzeigte. Natürlich wurde auch behauptet, dass Chanfrey die Baupläne dieser Gebäude, die möglicherweise für die Öffentlichkeit zugänglich waren, studiert hat, bevor er sie besuchte. Der spanische Fernsehreporter José María Enigio behauptete ebenfalls, Chanfreys Haus besucht zu haben, wo er Zeuge wurde, wie er einen Hund von den Toten auferstehen ließ. Laut Inigo warf Chanfrey etwas Projektionspulver über den Hundekörper, der nach ein paar krampfhaften Bewegungen aufstand und ein paar Schritte lief, bevor er wieder tot umfiel. Leider gibt es keine fotografischen Beweise für diese Behauptungen, aber es ist zumindest eine ziemlich beunruhigende Anekdote, die zu den angenommenen magischen Kräften des Grafen von Saint-Germain passt. Wenn du Chanfrey zu den Einzelheiten der Reinkarnation als mystischer Graf befragen willst, wirst du aber wenig Glück haben, denn er ist 1983 verstorben. Auch wenn es für manche schwer zu glauben ist, dass der Graf von Saint-Germain im Laufe der Geschichte tatsächlich als verschiedene Figuren reinkarniert wurde, ist das Konzept an sich gar nicht so fantastisch, wie es vielleicht klingt. Vielleicht beruht die Auswahl des Dalai Lama und der Panchen Lamas, der obersten Mönche des tibetischen Buddhismus, stark auf der Theorie der Reinkarnation. Wenn sich der amtierende Lama dem Ende des Lebens nähert, spricht er über den Ort, an dem er als nächstes wiedergeboren wird. Seine Anhänger kommen dann mit persönlichen Gegenständen des spirituellen Führers an diesen Ort und bitten den vermeintlich Nächsten in der Reihe, sie zu identifizieren. Wenn die Reinkarnation seit Jahrhunderten ein fester Bestandteil der buddhistischen Religion und in der Linie des Dalai Lama ist, ist es dann zu kühn anzunehmen, dass sich der Graf von Saint-Germain als Meister der alten Weisheit auf ein ähnliches Konzept verlassen hat? Seit dem Tod von Richard Chanfrey hat niemand mehr behauptet, der Graf von Saint-Germain zu sein. Es scheint, als ob dieser außergewöhnliche Mann, der so viele Jahrhunderte lang im Rampenlicht der Öffentlichkeit stand, einfach verschwunden ist. Vielleicht wandelt der unsterbliche Graf noch immer unter uns und ist bereits in einige der wichtigsten Angelegenheit der modernen Geschichte verwickelt und wartet darauf, seine wahre Identität zu enthüllen. Was hältst du von der Geschichte des Grafen von Saint-Germain? Schreib mir deine Meinung in die Kommentare. Schau dich gerne auf unserem Kanal um für noch mehr verrückte Geschichten, denn wir haben noch viel zu bieten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.